Am Donnerstag betreten wir Neuland. Neuland ist Pont-Nichet, 927 Kilometer von Weilersfist entfernt. Aber das hat natürlich auch einen Grund, denn mit den beiden Stuten Tirana im Verkaufsrennen und Chandon-Sope im 3N Sieglosen rechnen wir uns doch aus, dass wir mehr als den verfahrenen Sprit rausholen. Beide Stuten haben die letzte Startpause genutzt und sind gut drauf und werden sich in Pont-Nichet achtbar schlagen. Am Freitag geht es dann direkt weiter nach Deauville. Auch das ist von uns aus 750 Kilometer entfernt. Und mit Orihimi, die für uns schon elf Rennen gewonnen hat, habe ich, denke ich mal, mit dem dortigen Verkaufsrennen eine Aufgabe gefunden, die durchaus lösbar ist für sie. Das wäre dann der zwölfte Sieg. Warten wir mal ab. Und dann haben wir noch 707 laufen. Das Rennen ist etwas schwerer, aber wenn es nicht klappt, dann fehlt ihm noch ein Start und er hat einen Valor und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Die Nacht bleiben wir in Deauville, werden abends gut essen und hoffentlich eine kleine Vorfreude haben. Der erste Starter ist Wadded Jude, der zweijährig schon gewonnen hat. Und ob es dort in einem Verkaufsrennen reicht, wird man sehen. Und dann kommt Moving Time. Er hat ein Prep-Rennen für St. Moritz und die Aufgabe ist, ohne dass ich mir auf die Schulter klopfen möchte, wohl ausgesucht. Ich denke, für alle Freunde, die eine kleine Wette machen müssen, ist das mal der Tipp des Trainers. Und wenn das alles funktioniert, dann sollten wir unsere Susi nicht vergessen und beim Stable Stuff Award für sie abstimmen, denn die hat ihn dann gut gefüttert. Hals und Bein für alle Aktiven, für Moving Time und Susi Blau.